Wir haben eine große Watchlist mit vielen, vielen Titeln drauf, wo wir eigentlich nur darauf warten, kaufen zu können. Aber das Momentum ist halt noch nicht da, deswegen haben wir es noch nicht gemacht. Herzlich willkommen beim exklusiven Funfew Roundtable zum Thema Nebenwerte hier in Frankfurt am Main. Wir möchten mit verschiedenen Nebenwerte-Managern hier dieses spannende Thema vertiefen und diskutieren und schauen, ob Nebenwerte nach einem schwierigen vergangenen Jahr dieses Jahr möglicherweise den Turnaround schaffen. Bei mir, Matthias Rudeck, hier aus Frankfurt. Herzlich willkommen bei dieser Diskussionsrunde und wir sind auf deine Einblicke gleich sehr gespannt. Ja, grüß dich Tim, hallo. Ja, Matthias, Nebenwerte im vergangenen Jahr sehr schwierig, stark gelitten auch. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen und wie würdest du diese ganze Thematik im letzten Jahr einschätzen? Braucht es, salopp gesagt, überhaupt Nebenwerte noch im Portfolio, wenn die eh so negativ performen? Genau, also ich denke immer, die alte Idee von Nebenwerte oder Standardwerte greift so ein bisschen zu kurz. Nebenwerte sind einfach ein riesiges Spektrum. Es gibt viele verschiedene Branchen, Regionen und auch Investmentstile, die in dem Nebenwerteumfeld laufen können und auch ganz unterschiedliche Performance dann erzeugen. Deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, irgendwie die Performance hängt jetzt unbedingt an der Marktkapitalisierung der einzelnen Firmen. Es ist aber schon so, dass die Nebenwerte halt einfach, weil es so viele davon gibt, meistens relativ ineffizient gepreist sind. Es sind weniger Investoren in der Regel, die sich das anschauen und solche Ineffizienzen sind gut für Stockpicker. Damit lässt sich dann leichter Rendite erzeugen. Und das letzte Jahr sehr schwierig. Jetzt erwartet man oder viele Investoren hoffen auf diesen Turnaround bei Nebenwerten. Wie siehst du, das ist ein gutes Umfeld jetzt für diesen Nebenwerte-Turnaround, weil die bisherige Erholung war ja durchaus schleppend? Also ich denke schon, dass Value oder Nebenwerte im Moment ein interessantes Umfeld darstellen. Es ist viel passiert, es ist viel aus dem Gleichgewicht gekommen. Es gibt viele Möglichkeiten, im Moment günstige Aktien zu finden. Günstige Aktien ist ein gutes Stichwort. Du fokussierst vor allem Value-Titel in deinem Portfolio. Wie bist du mit diesem Gegenwind umgegangen, der ja durchaus in den vergangenen Jahren, ja fast Jahrzehnten, muss man ja sagen, gegenüber Value-Titeln bestehen war? Ja, also als wir 2018 gegründet haben, mussten wir viel Überzeugungsarbeit bei den Investoren leisten, dass Value eben Sinn machen kann. Der Vorteil von unserer Strategie ist eben, dass wir global aufgestellt sind. Das bedeutet, wir können immer in die Regionen oder Branchen ausweichen, wo wir günstige Titel finden, die gerade ein gutes Momentum haben. Deswegen hatten wir eigentlich gar nicht so viel Value-Gegenwind gespürt in den ersten Jahren. Und dann halt jetzt in den letzten Jahren war es so, dass wenn man sich auf günstige Aktien fokussiert und dann konservativ kaufmännisch an die Sache rangeht, dann ist man aus den teuren Wachstumstiteln automatisch draußen geblieben und das hat dann auch schon sehr stark zu unserer Outperformance beigetragen. Jetzt ist der Squad.5-Fonds ein global ausgerichteter Nebenwerte-Fonds. Da aber jetzt durchaus auffällig, dass die USA deutlich untergewichtet ist im Vergleich zur Benchmark oder auch zu den großen Indizes. Warum ist das der Fall? Warum gibt es hier dieses US-Untergewicht? Weil US-Aktien waren ja vor allem die, die in den großen Indizes zumindest die Märkte getrieben haben. Ja, also wir achten ja nicht auf den Index. Wir sind benchmarkunabhängig. Wir gehen immer dorthin, wo wir gerade Value finden. Und in den USA ist es halt so, es ist ein großer Markt per se, aber es ist auch ein relativ teurer Markt, der in den letzten Jahren ja auch sehr gut gelaufen ist. Da gibt es schon einige Titel auf der Watchlist, aber das Momentum passt da einfach noch nicht. Deswegen sind wir eher in anderen Regionen aktuell unterwegs. Die finden wir spannender, beispielsweise in Japan. Jetzt kann man sagen, 30% Kasse, die aktuell gehalten sind. Und ist das sozusagen der Krisenmodus für den Fonds? Würdest du sagen, hier ist es eher auf die defensive Seite oder fehlen einfach die Opportunitäten derzeit? Also Krisenmodus würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind durchaus vorsichtig, aber letzten Endes liegt die Cashquote daran, dass bei den günstigen Aktien das Momentum etwas fehlt. Wir haben eine große Watchlist mit vielen, vielen Titeln drauf, wo wir eigentlich nur darauf warten, kaufen zu können. Aber das Momentum ist halt noch nicht da, deswegen haben wir es noch nicht gemacht. Das ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches. Das hatten wir auch beispielsweise in Japan. Diesen Markt haben wir auch mehrere Jahre verfolgt und uns die günstigen Titel eben angeguckt und dann erst gekauft, als das Momentum reingekommen ist. Und jetzt haben wir auch knapp 10% in Japan schon allokiert. Insofern ein Fokus auf Value und Nebenwerte im Squad Point 5 Fonds. Hat Matthias Rudek, der aktuell eine erhöhte Kasseposition hat und nur noch auf Kaufgelegenheiten wartet. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank, Tim.